Wer glaubt, ein guter Prozessor liegt zwangsläufig in einem dreistelligen Preisbereich, der hat sich auf alle Fälle getäuscht. Es gibt durchaus auch für deutlich weniger Geld, nämlich bereits für unter 100 Euro, echt empfehlenswerte CPU-Modelle, die sowohl für Office als auch Gaming-Nutzer durchaus interessant sind. Natürlich kann man hier keineswegs von übermäßig leistungsstarken Taktmonstern ausgehen, aber das muss ja auch gar nicht unbedingt sein. Welche Prozessoren ich genau meine und was deren Eigenschaften Vor- und Nachteile sind, das wollen wir uns in diesem Video mal etwas genauer anschauen. Viel Spaß! Ursprünglich wollte ich eine Top 5 Liste zusammenstellen mit sowohl Intel als auch AMD Prozessoren, nur leider ist die aktuelle Preislage von Intel CPUs nicht gerade berauschend, weshalb ich insgesamt nur auf 4 Prozessoren gekommen bin, wovon 3 aus dem Hause AMD und einer von Intel kommt. Auch in diesem Video möchte ich preisaufsteigend vorgehen, wir beginnen also mit der ersten und zugleich auch günstigsten Empfehlung für unter 100 Euro. Der AMD Ardlon 200GE ist ein noch verhältnismäßig neuer Prozessor für gerade einmal 50 Euro. Es handelt sich dabei um einen Dual-Core-Prozessor mit 4 Threads, die standardmäßig auf jeweils 3,2 GHz takten. Dieser AM4 Raven Ridge Prozessor wird gleich mit einem AMD Boxkühler ausgeliefert und erreicht auch nur eine maximale TDP von 35 Watt. Ein großer Vorteil dieser Preis-Leistungs-CPU ist die integrierte iGPU in Form einer AMD Radeon Vega 3 Grafikeinheit. Dieses Modell empfehle ich vor allem Office-Nutzern, die hiermit gleich 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen, so gesehen nämlich eine CPU, Grafikeinheit und einen Kühler für gerade einmal 50 Euro bekommen. Und man mag es kaum glauben, aber in Kombination mit der richtigen Grafikkarte, zum Beispiel mit einer GTX 1050 Ti, kann man selbst diese Dual-Core-CPU einigermaßen gut zum Zocken verwenden. Für gut 10 Euro mehr erhält man alternativ den Intel Pentium G4560, dem derzeit einzig empfehlenswerten Prozessor von Intel für diesen niedrigen Preisbereich. Auch das ist eine CPU mit zwei Kern, vier Threads und einem angemessenen Standard-Takt in Höhe von 3,5 GHz. Die TDP ist im Vergleich zum Artlon mit 54 Watt zwar etwas höher, aber nach wie vor im grünen Bereich. Neben dem altbekannten Intel-Box-Kühler erhält der Kunde außerdem eine Intel HD Graphics 610i GPU, die vor allem für Office- und Multimedia-Nutzer vollkommen ausreichend sein dürfte. Genauso wie der vorherige 200GE eignet sich auch dieses CPU-Modell hauptsächlich für Office-Systeme, aber auch für Einsteiger-Gaming-Systeme mit einem Preis von 300 bis 350 Euro, ist auch dieser Prozessor sicherlich einen Blick wert. Wer vielleicht auf einen Quad-Core-Prozessor setzen möchte, er dafür aber eine fehlende iGPU in Kauf nimmt, der zahlt am besten nochmal 10 Euro obendrauf und holt sich für gut 70 Euro den Ryzen 3 1200. Seine vier Kerne und vier Threads takten mit 3,1 GHz Standard und 3,4 GHz Boost-Takt. Dabei hat der Prozessor eine TDP von 65 Watt, für die der beigelegte Kühler mehr als ausreichend ist. Wie bereits erwähnt, hat dieser Summit-Ridge-Prozessor leider keine integrierte Grafikeinheit, von daher empfehle ich diese CPU am ehesten Office-Nutzern, die vielleicht ihre Grafikkarte aus ihrem bereits bestehenden System übernehmen möchten, oder Gamern, die ohnehin eine dedizierte PCI-Grafikkarte, wie zum Beispiel eine 1050 Ti, verbauen möchten. Last but not least machen wir nochmal einen Preissprung auf knapp unter 100 Euro, um genauer zu sein auf gut 95 Euro. Für diesen Preis empfehle ich euch den AMD Ryzen 3 2200G. Auch dieser bietet vier Kerne und vier Threads, die allerdings etwas höher takten. Angegeben wird ein Standard-Takt von 3,5 und ein Turbo-Takt von 3,7 GHz. Genauso wie beim Ryzen 3 1200 liegt die TDP auch bei diesem Modell bei angenehmen 65 Watt. Dieser Prozessor hat auch wieder eine integrierte Grafikeinheit, nämlich einen Radeon Vega 8 Grafikchip. Für Office bzw. Multimedia-Nutzer ist diese APU mehr als leistungsstark genug und für Gamer ist dies eine gute Einsteiger-APU, die wunderbar mit einer 1050 Ti oder einer 1060 kombiniert werden kann. Einfache Games können zudem durchaus auch mit der iGPU gezockt werden, wenn auch nur mit mäßigem Spielerlebnis. Das waren nun vier konkrete CPU-Empfehlungen für ein Budget von unter 100 Euro. Welcher Preisbereich würde euch vielleicht noch interessieren? Welcher Preisbereich würde euch vielleicht noch interessieren, eventuell auch zu einer anderen Komponente wie zum Beispiel der Grafikkarte? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Wenn du auch in Zukunft kein weiteres Video mehr verpassen willst, würde ich mich jetzt noch sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin. Ciao, ciao.